Also wir haben ein Schaufenster in der Theke, da kann man den Metzger arbeiten sehen und unser der Metzger kommt aber auch vor die Theke, wenn Kunden Wünsche haben, Heizschritte zu schneiden und je hübscher die Kundin ist, desto schneller ist er draus. Wir sind so erfolgreich, weil wir Stammkunden haben, wir kennen unsere Kunden, die kennen ihre Macken, die haben ihre Späßmittel, die wissen, was sie kaufen. Unsere Aktionsfenster haben wir alle zwei Wochen, das wechselt. Im Moment haben wir das Thüringer Fenster, da bieten wir Leberwurst und Thüringer Leberwurst und Kassaleberwurst an. Im Frühling haben wir Fit in den Frühling zum Beispiel, da bieten wir ganz magere Fleischsorten an, als Pick ausschnitten und Schinken. Also zu unseren Spezialitäten, wir haben ganz leckeren Fleischsorten, den esse ich, also jeden Morgen zum Frühstück eigentlich. Unsere Kunden kommen teilweise aus anderen Märkten zu uns halt, weil er so lecker ist halt. Ich weiß nicht, wir haben immer Liebe reinstecken bei der Zubereitung.